so moin moin ihr lieben der letzte guide in der reihe zumindestens vorerst wird der teil 6 rackman rackman ist ja der händler der mittlerweile alle klamotten rucksäcke helme und headsets verkauft hier gibt es jetzt mit level 1 die items zu tauschen highlight hier aus meiner sicht ist der rucksack mbss für zwei dog tags level 1 der rest ist relativ sinnfrei wieso für einen kever helm der helm die weste der rucksack macht alles nicht so viel sinn das ist an sich ein gutes item aber die trade items sind relativ schwer zu bekommen ist eine level 4 weste ist ja beste und body armor in einem also stufe 4 body armor gleichzeitig auch eine tactical rig geiles item gerade am anfang oder wenn man einfach mal nur labs gehen möchte zum beispiel nicht so viel riskieren will aber eben leider nur ein trade item stufe 2 stufe 2 aus meiner sicht die highlights hier ganz klar der tritzel rucksack den ihr für drei energiesparlampen bekommt und dann haben wir noch die alpha rig siebener ducktipp zweimal alkali findet man eigentlich auch relativ leicht werden wahrscheinlich die wenigsten von euch am ende des tages tauschen aber rein vom mehrwert her durchaus sinnvollen comtech headset für sechs mal streichhütze durchaus auch nicht zu verachten alles andere relativ sinnfrei dann haben wir hier noch das alte festschild für vier plexe also für alle leute die in alten helmen gern spielen ist das hat einer der wichtigsten trades bei dem händler überhaupt weil es das ding ja auch nur zu handeln nicht zu tauschen also nur zu handeln nicht zu kaufen gibt also nur tauschen nicht kaufen dann haben wir noch die kerasa gegen dreimal kaffee dreimal cola drei energy drink also die volle koffeindröhnung sozusagen finde kerasa geldmäßig auf jeden fall ein guter mehrwert wenn er das nebenbei mit sammeln wollte und die dann immer verkaufen wollen wiederum bei skier zum beispiel oder im flohmarkt dann kann das relativ gut geld bringen oder ihr braucht sie vielleicht selber aber ansonsten ja ist es dann immer je mehr items und braucht es zu schwieriger und länger daraus das ganze zu beschaffen so stufe drei haben wir relativ sinnvollen trade für die taktech da zwei von den gasmasken und drei von den gesichtsmasken mit den flammen relativ guter trade findet man einigermaßen wobei die gasmasken relativ selten sind war mal ein relativ guter trade mittlerweile sind die taktics im flohmarkt sehr günstig geworden weil die ganzen raider auf labs relativ oft eine taktik anhaben und die leute wollen die westen halt loswerden die haben nicht so viel platz die zu storagen deswegen kann man die weste deutlich unter dem eigentlichen kauf also man kann die auch kaufen für über 120.000 rubel man bekommt sie im flohmarkt teilweise für die hälfte muss sie vielleicht noch ein bisschen reparieren ist aber am ende trotzdem vielleicht mit 80.000 rubel dabei deswegen ist das halt nicht mehr so wichtig dann haben wir vier von den adler ohren gegen eine gen 4 full wird getradet relativ gut sogar kann ich gar nicht so nachvollziehen die adler und findet man zwar ab und an aber ja ja ist ein mehrwert aber ganz ehrlich dann sieht man mal einen spieler mit so einer body armor rumrennen weiß ich nicht wer die body armor groß spielt ist eine gute panzerung keine frage hat der arm magenschutz und brust aber sieht man doch sehr selten sieht man sehr sehr selten am ende wahrscheinlich auch wieder hauptsächlich mehrwert zum verkaufen dann habt ihr vier mal die wasserflasche gegen dem eins ein bisschen mehrwert aber relativ sinnfrei so findet man diese aquamarine dinger nicht dann gibt es die mini fort wie ich sie nennen die zuck 6a für dog tags mittlerweile zu kaufen level 30 das heißt ihr müsst ungefähr 15 mal 15.000 rubel aufwenden so ist es das dog tag ungefähr wert bei therapist ab level 30 und bekommt dafür so eine body armor durchaus kein schlechter trade denn solche panzerungen sind ja nur mal teuer es ist ja armorklasse 6 dann habt ihr eine teekanne gegen den belt auf jeden fall mehrwert das ding ist ja riesengroß das ding hat acht mal zwei slots und dann ganz viele kleine einzelne slots 25 slots insgesamt sieht man allerdings auch relativ selten aber die teekanne bringt 30 35.000 rubel da kann man durchaus das ding hier eintauschen nexel gegen eine goldkette einmal kaffee durchaus auch ein guter trade kann man auf jeden fall tauschen eine goldkette einmal kaffee ist für eine weste die sonst um die 100.000 glaube ich kostet oder 80.000 guter trade guter tausch auf jeden fall guter mehrwert keine frage dreimal zucker dreimal sorry also fisch konserve durchaus auch ein guter tausch gegen einen attack 2 rucksack ich mag den rucksack persönlich nicht weil er mehr auf dem rücken zu hoffentlich zu groß ist aber monetär gesehen oder geldwerten mäßig auch ein guter tausch zuckerstückchen oder diese verpackung und sorry findet man eigentlich sehr oft gerade auf interchange shoreline etc dann haben wir noch den tausch auch monetär nicht schlechteste tausch die john lennon gedächtnisbrille und die einfachen visor für den kiva beziehungsweise das kann ich mich hätte das ist kiva oder für den coilpack einer von beiden ja war auch mal drei brillen zwei visor da war es noch ein bisschen einfacher aber kann man durchaus auch sammeln wenn er die dinger mitnehmen wollt könnt ihr die gern nutzen ich mag die visor persönlich auch nicht so dann aber hier die möglichkeit drei kaputte face shields für den alten gegen ein ganzes zu tauschen mittlerweile relativ obsolet gewordene trade weil durch den erhöhten item schaden das heißt der schaden den ihr auf gegenstände bekommt wenn ihr beschossen werdet die panzerung haben höher geworden ist das heißt mittlerweile beschädigen sich die schilder gott sei dank so stark dass man sie auch immer reparieren kann früher war ja oder ist es teilweise auch noch ein problem wenn ihr einen schadenspunkt auf dem felschild habt und es ist ein crack genau in der mitte könnt ihr das nicht reparieren nicht ist nicht reparabel dann haben wir den maskerhelm gegen 33m wisten für die bis heute noch ziemlich günstigen tausch das ist ja der helm vom killer nur ohne felschild kann man auch machen könnte hat keine kopfhörer drunter tragen so trotzdem aber klasse 4 für 33m wisten die man öfter mal bei scavs findet nicht der schlechteste tausch würde ich sagen so dann kommen wir zu level 4 und den wichtigsten trades das ist einmal die gen 4 full gegen 4 gegen 2 löwen wir hatten sie gerade gegen 4 adler uhren gesehen also ist eigentlich aus meiner sicht der adler uhren trade etwas günstiger als der hier finde ich ist zu teuer die löwenfiguren werden zu teuer gehandelt dann aber die zuck nochmal die war gegen dog tags gegen zwei vasen einer der gängigsten trades finde ich also kann man auf jeden fall immer mitnehmen haben sie auch die anzahl erhöht die waren sonst immer ausverkauft also zwei vasen findet man relativ leicht und kriegt dafür eine sehr gute panzerung dann mittlerweile einer der trades den ich am häufigsten verwende level 20 dog tags gegen altien facials sechs stück ja bis neben dem plexen oder ist halt das einfachere die plexe zu finden ist deutlich schwerer als dog tags zumindest für mich dann habt ihr hier diese eine axt die ihr tauschen könnt das ist aber auch noch nicht die beste miliwaffe ich glaube das muss man sogar erst freischalten macht das meiner sicht keinen sinn wieso man cowboy hut für ein level 10 dog tag traden kann ist mir immer noch schleierhaft wir hatten ja gesehen dass wir für zwei dog tags eine glock traden können das heißt wir können aus zwei level 10 dog tags zwei cowboy hüte machen um uns dann dafür eine glock zu tauschen bei mechanic keine ahnung dann habt ihr hier das face shield für den maskehelm was wir gerade auf level 3 gesehen haben ja stufe 6 tauschen gegen einen intelligence ein guter trade auf jeden fall ja das macht den maskehelm dann hier halt nämlich rund das habt ihr den gleichen helm wie killer nur im grün statt in schwarz mit streifen vier kaputte forts gegen eine ganze fort macht glaube ich kein mensch dann den größten rucksack im spiel gegen firma paracord ja finde ich paracord finde ich persönlich fast nie ja man kann ihn nur so bekommen also ja sinnvoller trade mehrwert trade auf jeden fall aber ich finde ihn ich finde den kram halt einfach zu selten 10 gold kitten gegen eine fort war früher mal relativ gut ist wahrscheinlich heute sogar noch der beste trade würde ich fast behaupten man kann sie auch gegen 22 dog tags ab level 20 tauschen dann aber hier wie auch in den vorhergehenden geiz erklärt darauf achten dass ihr wirklich nur dog tags 20 25 maximal 30 tauscht ungefähr level 30 sind rund 15.000 rubel bei therapist mal 22 könnt ihr euch ausrechnen was das ding dann kostet das vergleicht das hat man mit zehn gold ketten müsst ihr halt wieder ausrechnen das hat wieder auch sag ich mal eine tagespreis geschichte das kann mal wochenlang günstiger sein der der trade hier zum beispiel das kann auch mal das günstiger sein aber letztendlich kommt man an dog tags wahrscheinlich auch leichter ran als an gold ketten vor allem zehn stück ist halt so leicht auch nicht zu finden und dann gibt es noch mal den trade hier für die m2 weste aber auch den halte ich für nicht so sinnvoll die fest ist nicht so gut bevor ich hier so eine weste kauft oder tauscht nehmt lieber eine tic tac oder taktik wie sie eigentlich heißt ich sag mal tic tac weste und holt sie euch im flohmarkt da ist sie am günstigsten ja und dann gibt es noch zu tauschen das fehlschild visier für den ganz dicken helm das ist ja armor klasse 4 und der helm wiederum ist auch armor klasse 6 also genau umgedreht der masker helm von killer ist ja 4 und das visier 6 und hier ist das visier 4 und der helme 6 ich habe den bisher einmal gespielt der ist übermäßig teuer man kann es halt nur so tauschen der helm kostet fast 300.000 macht aus meiner sicht relativ wenig sinn also kann ich nicht so nachvollziehen wieso deshalb warum er den spielen sollte mein persönlicher favorit ist und bleibt der alten helm und dafür habt ihr die trades gesehen den und das ding für vier plexe ja was sind die highlights bei ragman alt den felschild zuck großer rucksack die zwei fort trades sind sicherlich die wichtigsten dann die weiteren trades sicherlich ist der jetzt der ist auch neu für die dog tags auch nicht so schlecht guter mehrwert trade ist auf jeden fall der excel armor wie auch der von dem belt rick den man machen kann genauso auch der attack 2 rucksack für zucker und fischbüchsen und ansonsten am anfang durchaus die kerasa wobei das auch schon relativ viel zusammen muss drei energiesparlammen findet man auch sehr leicht dafür ein trizept zu bekommen ist auch okay und natürlich das alten felschild wiederum für vier plexe das ist meine persönlichen highlights die man hier rauspicken kann wichtige items die man einfach auch nicht kaufen kann wie eben das alte felschild man kann es nur tauschen ich hoffe ihr habt in den guides soweit alles mitbekommen es kann sein dass ich im einzelfall trades nicht gezeigt habe weil ich die persönlich noch nicht freigeschalten habe ich habe noch nicht alle quests gemacht bisher und das werde ich wahrscheinlich auch nicht ganz mehr schaffen bis zum nächsten vibe bin also ein bisschen faul sicherlich und es ist auch manchmal nicht sehr spannend die aktuellen neuen quests alle zu machen deswegen kann es durchaus sein dass hier und da trades fehlen sollte jetzt was völlig auffälliges fehlen bei irgendeinem händler und ihr seht das schreibt es gerne einfach im kommentar drunter wenn es irgendein super wichtiges item gibt was ich nicht habe es gibt zum beispiel die eine kopfplatte für den fast mt helm ich glaube das ist auch nur ein trade den kann man dann auch nicht kaufen aber das sind so super seltene items die am ende keinen interessieren genauso wie die melee waffen die meisten spielen wahrscheinlich diese ancient axe es gibt ja noch dieses tactical sword und ich könnte euch heute nicht mal sagen was die beste melee waffe ist ich spiele einfach zu wenig jockel gott sei dank leute ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen mit den guides wünsche euch viel spaß und tag auf viel guten loot viel gute trades und wir sehen uns auf twitch wieder oder auf youtube wie ihr möchtet bis demnächst bis zum nächsten mal Vielen Dank.